Hallo liebe Fahrradfahrer, mein Name ist Tim und heute geht es um eine Challenge. Der Johannes von meinem Videostudio hat mich gebeten oder gefragt, ob ich einen Clip graden könnte, den er composed und geschnitten hat. Und zuvor hat er die Aufnahmen von Yannick von Product Shot Mastery bekommen. Das heißt, wir drei, Product Shot Mastery, mein Videostudio und ich, machen eine kleine Challenge zusammen und zeigen euch, wie man da rangehen könnte. Und ihr seid natürlich aufgefordert, das mitzumachen und uns zu zeigen, wie gut ihr das könnt und ihr könnt das vielleicht sogar viel besser als wir. Deshalb macht mit, ihr seid aufgerufen, reicht eure Aufnahmen und eure Ergebnisse ein. Und ich verlinke auch den Link zur Seite nochmal in der Description. Und jetzt seht ihr erstmal die Rohfassung, dann meine gegradete Version und danach seht ihr den Breakdown des Notaries, wie ich da rangegangen bin. Viel Spaß! Wie ihr seht, ist der Note G doch ein bisschen komplexer geworden als gedacht, aber macht ja nichts. Fangen wir mal an. Diese erste Note hier habe ich erst ganz zum Schluss hinzugefügt, weil ich beim Finish gesehen habe, dass das Feuer mir ein bisschen zu viel klippt. Ich habe hier lediglich eine Neon Suppression Latte hinzugefügt und schon war mein Problem fast vollständig gelöst. Diese Note hat also nicht viel mit dem eigentlichen Gray zu tun, ist aber sehr wichtig. Okay, diese zweite Note hier ist lediglich ein Platzhalter. Hier passiert nichts. In den nächsten beiden Notes hier habe ich mir jeweils links und rechts ein paar Farben gesetzt, um nicht so einen langweiligen, schwarzen bzw. eintünnigen Hintergrund zu erhalten. Und dabei haben wir die bereits im Clip vorhandenen Flares geholfen. Ich habe also nichts weiter als ein paar Windows gesetzt, links und rechts und in den beiden Notes mir mit dem Lift ein bisschen Farbe gesetzt und dann das Gamma etwas angehoben und die Sättigung erhöht. Da ja aber im gesamten Clip die Einstellung sich ständig ändert, habe ich diese beiden Notes jeweils mit einem Output Key versehen und diesen dann hier in den Keyframes an den jeweiligen Stellen ein- und ausgeblendet, damit sie nicht die ganze Zeit im Clip vollständig zu sehen sind. Ich hätte auch die Power Windows tracken können, aber so war ich schneller, denn ich wollte vor allem das linke blaue Window etwas länger im Clip behalten. Das wäre mit dem Tracker etwas auffälliger gewesen. Diese beiden Notes sind dann über einen Lea-Mixer im Blend Mode Color miteinander gemischt und zum einen erreiche ich damit eine Mischung der beiden Farben an den Stellen, wo sie sich überlappen und zum anderen ist der Blend Mode Color hervorragend dazu geeignet, wenn man einen Bereich durch Blenden färben möchte. Ich habe diese beiden Notes gleich zu Beginn gesetzt, denn ich musste ja erst mal Farbe in den Clip bringen, die ich dann anschließend mit dem eigentlichen Grading beeinflussen kann. So könnte ich, wenn ich möchte, jederzeit die Tonalität ändern, wenn ich zum Beispiel hier in der linken Farbnote mal im Lift die Farbe ändere, seht ihr das? Okay, in der nächsten Note habe ich mir mit den neuen Zones hier in diesem neuen HDR Panel ein bisschen die grundlegende Belichtung angepasst. Das hat mir dabei geholfen, eine bessere Trennung zwischen den wirklich dunklen Bereichen und den tieferen Schatten zu erzeugen, denn mit den normalen Lift, Gamma und Gain Tools wäre das so nicht möglich gewesen. Sowas mache ich sonst immer gern mit den Kurven, aber die neuen Tools sind dazu sogar noch wirklich besser geeignet. Anschließend habe ich in dieser Note hier mein Base Grade erzeugt, ganz klassisch mit Lift, Gamma und Gain, denn nun hatte ich ja mehr Spielraum in den Schatten, also mehr Tontrennung, auch wenn das im finalen Clip so nicht zu sehen ist, aber das hat damit zu tun, dass die Tontrennung wirklich ziemlich diffizil war, sage ich mal. Außerdem habe ich hier noch etwas Sättigung erhöht und am Ende brauchte ich nur noch an der Stelle mit dem Feuer mein Gain etwas absenken, sonst wäre das Feuer zu sehr geklippt. Die nächste Note ist meine eigentliche Sättigungs-Note, aber ich brauchte etwas mehr Signal erstmal als Eingang, um überhaupt etwas anheben zu können, denn das Signal war am Ausgangstipp wirklich viel zu schwach. Ich habe also im Base Grade etwas Farbe reingebracht, welche ich dann in dieser Note hier für das ganze Image gesättigt habe, also in dieser Sättigungs-Note. Die nächste Note hier ist wiederum nur ein Platzhalter, ganz einfach, weil ich anschließend mein Grade aufbauen wollte und in so einer Note mache ich manchmal noch marginale Anpassungen, welche sich auf das gesamte Grade auswirken sollen, bevor ich mit dem Grade beginne. Okay, kommen wir nun zum eigentlichen Grading. Da Yannicks ursprüngliche Idee darin bestand, den Weg der Kaffeebohnen darzustellen, habe ich mir gedacht, okay, dann versuche ich das doch mal farblich umzusetzen und die Story zu unterstützen. Als erstes habe ich mir dazu ein paar Referenzbilder hier in die Gallery geholt und dadurch konnte ich nun gut die jeweiligen Stadien der Färbung der Kaffeebohnen einstellen. Dazu brauchte ich mir nur eines der Referenzbilder selektieren und konnte anschließend mit dem Wipe mir das Bild einblenden, um im Vektorskop und in der W-Form die jeweiligen Farbtöne der Bohnen aus dem Referenzbild mit den Farben der Bohnen in diesem Clip hier anzupassen. Im Grunde wollte ich dabei auch den gesamten Look des Clips an die jeweilige Farbe der Bohnen bzw. der Bohne anpassen, später ist ja nur noch eine, sodass die Farbgebung im gesamten Clip der Farbgebung der Bohne folgt und damit die Farben des Storytelling unterstützen. Denn dazu sollte Color Grading in erster Linie da sein. Okay, ich habe mir nun einen parallelen Node-Stack aufgebaut, in welchem ich verschiedene Nodes für verschiedene Aufgaben angelegt habe und fangen wir mal hier ganz oben an. Im Grunde folgt der Stack hier der Story, also den einzelnen Einstellungen im Clip. Hier am Anfang des Clips haben wir diese Platte, das ist die erste Node hier oben, also die Plate Node und die Front dieser Platte hier war mir einfach zu kontrastarm. Ich wollte sie einfach etwas mehr in den Vordergrund bringen, um etwas mehr Tiefe in dem Image zu erzeugen und ich habe also im Grunde vor allem den Kontrast erhöht, die Lichter etwas angepasst und etwas Farbe hervorgehoben. Und natürlich ist diese Node mit einer Maske versehen, welche ich getrackt habe. Hier seht ihr das genauer. Die Node hier dahinter ist ausgeschaltet, die brauche ich nicht mehr. Hier hatte ich ein paar Einstellungen zu der Tasse ausprobiert, aber dazu kommen wir noch später. In der dritten Note hier in der ersten Zeile habe ich noch die Bohrer, also die Raspel angepasst. Die waren mir irgendwie nicht stimmig genug, also habe ich sie mir etwas runtergezogen und sie somit besser in die Szene eingebettet. Im Grunde eine getrackte Maske für die Bohrer, dann das Gamma angehoben und gleichzeitig die Highlights abgesenkt. Somit habe ich diesen grauen Stahl-Look imitiert. Nun kennt ihr auch den Trick, wie man Kontrast reduziert, ohne die tiefen Schatten zu sehr anheben zu müssen. Also kleiner Pro-Tipp am Rande. Darunter habe ich dann mir die Bohnen vorgenommen. Als erstes habe ich in dieser Beans-Note hier zunächst die grau-blau-grünliche Färbung der rohen Bohnen eingestellt. Ganz simpel mit den normalen Primary Color Wheels. Und im Anschluss bin ich im Clip einfach vorwärts gegangen, bis zur Stelle, wo die einzelne Bohne herunterfällt. Und habe mir ein Frame gesucht, an welchem ich die Bohne nun langsam gelblich werden lassen wollte. Als Übergang zur Bräunung sozusagen. Und habe mir dann dort ein Keyframe gesetzt, hier. Und auf diesem Keyframe habe ich dann meine neue Farbe für die Bohne eingestellt. Damit hatte ich schon mal einen schönen Übergang von der blau-grünlichen Farbe zu dieser rötlich-gelberen Farbe. Das erste Keyframe hier markiert mir dabei das Ende meiner blau-grauen Farbe. Und das zweite Keyframe ist das Keyframe, auf welchem ich die neue Farbe eingestellt habe. Okay. In der Animation sieht das dann so aus. Okay. Im Grunde habe ich dann immer so weiter gemacht. Hier das nächste Keyframe für mehr rötlich-braun. Dann das nächste Keyframe für noch mehr braun. Und dabei immer wieder das Wipe eingeschaltet, um die Farbe möglichst realistisch einstellen zu können. Und zu gucken, ob ich farblich auch wirklich der Farbe einer Bohne spreche. Hier mal das Referenzbild. Hier war ich also bei dieser Farbe hier. Im Moment im Referenzbild. Und dann ging es schon zum Rösten im Feuer. Und diese vielen Keyframes hier sind jeweils nötig gewesen, um den Schein des Feuers gut in der Farbe der Bohne widerspiegeln zu können. Also noch rötlicher zu werden und um etwas mehr Vibrance in der Farbe zu erhalten. Und am Ende fällt sie durch die Raspe. Da endet dann auch diese Beans-Node. Also ich habe sie dann ausgeblendet. Das Ganze habe ich davor mit dieser Note hier maskiert. Also diese M1-Note. M steht bei mir immer für Maske. Und diese Note beinhaltet nichts weiter als eine einfache Maske, welche ich getrackt habe, um bei der Raspe diese Beans-Note hier dann enden zu lassen. Okay, weiter. In der nächsten Zeile habe ich mir nun eine Note für das Feuer angelegt und dabei vor allem die Schatten etwas verstärkt und ins Bläuliche gezogen. Somit habe ich dann diese bläulichen Züngel hier erhalten. Das lässt das Feuer nochmal etwas lebendiger wirken. Und ansonsten habe ich mit dem Feuer nicht viel angestellt, da es schon einen guten Kontrast und eine schöne Färbung hatte. Lob an Janik. Wirklich gut gefilmt. In der nächsten Zeile habe ich mich dann dem zermahlenen Kaffee und der Filtertüte gewidmet. Wieder selbes Prinzip. Zunächst eine Maske, um nur die Filtertüte und den Kaffee zu treffen. Dabei habe ich die Maske zunächst nur auf die helleren Bereiche gezogen. Und anschließend habe ich zwei Nodes als Parallel-Nodes in einem kleinen Stack hier zusammengefasst und dabei den Key aus der ersten Note hier an diese beiden Nodes dahinter weitergereicht. Oben eine Note für die Highlights. Das ist die Filter-HL-Note hier. Und für die untere Note für die Shadows, also die Filter-SH-Note hier. Mit diesen beiden Nodes habe ich mir dann etwas mehr grünliche Nuancen in die Schatten der Filtertüte geholt und für die Highlights einen Tick mehr Gelb-Orange reingezogen, also auch ein bisschen mehr Rot. Alles mit den Color Wheels. Okay, und am Ende natürlich wieder alles mit Keyframes an- und ausgeschaltet, ein- und ausgeblendet. Als letzte Note in dieser Zeile habe ich dann noch eine Note zum Anheben der Highlights eingesetzt und auf die tonale Veränderung in Lichtern und Schatten aus diesen beiden Nodes davor, hier diese Verstärkung in der Tontrennung in der Filtertüte zu erreichen. Okay, nun wollte ich noch irgendwie das Durchlaufen des Kaffees visualisieren. Also den Moment, wenn das Kaffeepulver in die Filtertüte fällt und dann unten als Tropfen wieder hinauskommt. Und genau das habe ich dann in der nächsten Zeile meines Stacks hier gemacht. Und zwar mit diesen beiden Nodes hier, Filter-HL und Filter-Glow. Filter-HL macht nichts weiter, als mit einem Window sozusagen den Weg des Kaffees zu zeigen. Hier habe ich lediglich die Highlights etwas hochgezogen und die Sättigung etwas erhöht. Das ergibt so eine Art durchlaufenden Fluss mit der mitziehenden Maske. Und um das noch zu verstärken, habe ich in der Note danach noch einen Glow hinzugefügt. Und wenn ihr mal hier in der Einstellung für den Glow guckt, seht ihr, dass ich vor allem die Threshold heruntergezogen und die Brightness heraufgesetzt habe. Das war es aber auch schon im Großen und Ganzen. Okay, zu guter Letzt habe ich mir noch die Schlusseinstellung vorgenommen und hier eine Maske gesetzt, um dann in dieser Note mit dem Color Warper mir die Färbung des Kaffees zu korrigieren. Denn hier war leider viel zu viel Blau und viel zu viele auch rötliche Töne in den Tiefen enthalten. Das habe ich also im Wesentlichen hier mit dieser Anpassung im Color Warper berichtigt. Dann habe ich eine weitere Note hinzugefügt und die Maske weitergeleitet. Und dann in dieser Café-Vari-Note hier die Farbton-Variabilität erhöht. Auch wiederum im Color Warper. Und das sieht dann im Color Warper so aus. Okay, zum Schluss in diesem Node-Stack habe ich mir noch eine Note für die Kaffeetasse und den ganzen Background hier unten erstellt. Und einfach alles mehr in Richtung Blau-Grün gezogen. Aber nur ganz wenig. Also wirklich nur ein Notch. Also gerade so viel, dass es einen schönen und subtilen Kontrast zum Kaffee erzeugt. Damit heben wir automatisch auch noch den Kaffee und den Schriftzug etwas mehr hervor. Das war es auch schon im Wesentlichen für den Parallel-Note-Stack hier. Also hier findet quasi alles statt. Wenn ihr mal noch einen kurzen Blick auf die Keyframes werft. Hier seht ihr im Prinzip, wie sehr ich hier mit Keyframes gearbeitet habe. Und um die jeweiligen Effekte nur an den Stellen sichtbar werden zu lassen, an denen sie auch wirklich auftreten sollen. Im Grunde ist genau dieses Arbeiten mit Keyframes beim Graden von Commercials ein wesentlicher Bestandteil. Ohne dies geht es fast gar nicht, wenn man keine Masken von der Visual Effects Abteilung mitbekommt. Und Johannes wollte mir zwar alle notwendigen Masken mitgeben, aber ich hatte darum gebeten, mir doch einfach nur sein Compositing rauszurendern als ein Pfeil. Weil ich genau das mal hier zeigen wollte, wie man sowas macht, nur mit Bordmitteln der Color Page und ohne Masken von der Visual Effects, also aus der Fusion Abteilung zu bekommen. Und ich schalte mal kurz in die Timeline, damit ihr seht, dass ich hier wirklich nur auf einem einzigen finalen Clip grade. Noch kurz ein Blick in Fusion. Seht ihr, empty, nada, nichts drin. Okay, kommen wir zu den letzten Notes hier. Dies ist wieder nur eine Platzhalter Note, da passiert also gar nichts. Und dann kommt ein Note, in welcher ich noch einmal die fertig gegradigte Szene mit der Tasse in der tonalen Abstufung etwas anpasse. Also etwas mehr die Mitten und Highlights nach oben ziehe. Okay, und am Ende noch etwas Grain drauf und fertig. Jetzt möchte ich euch mal noch etwas zeigen. Diese letzte Note hier, wenn ich die mal einschalte, dann seht ihr eine Farbpalette und das ist nichts weiter als ein OFX Effekt. Hier seht ihr das? Wenn ihr euch diesen Effekt auf eine Note zieht, erstellt dieser Effekt automatisch eine solche Palette. Und dies wiederum ist hilfreich, um euer Image besser beurteilen zu können. Im Grunde stellt diese Palette hier die Tonabstufungen in den Schatten, das ist dieser Bereich hier, in den Mitten hier und in den Highlights hier dar. Und darunter ist die Palette noch einmal etwas grober für das gesamte Image eingeblendet. Also hier oben etwas feiner und darunter grober für das gesamte Image. Also welche Farben bzw. Farbtöne kommen hauptsächlich in dem Image vor. So, und wenn ich jetzt mal zum Anfang des Clips gehe, dann seht ihr nun darunter die Palette für das jeweils angezeigte Image hier im Viewer. Also hier in diesem Fall hauptsächlich Blau- und Teal-Töne. Also diese Palette ist live. Und wenn ich jetzt mal weitergehe im Clip, seht ihr, dass die blaugrünen Kaffeebohnen auch wirklich blaugrün sind. Und die Palette hilft mir also zu erkennen, was für Farben denn wirklich jeweils die Schatten, Mitten und Highlights haben oder welche Farben dominieren. Okay, wenn ich jetzt mal noch weitergehe im Clip, seht ihr, wie sich die Palette langsam zu Ocker und wärmeren Farben hin verändert. Bis ich schließlich beim Feuer schöne orange und braunfarbene Röstfarben erhalte. Die Raspe, wie ich die Bohrer hier nenne, sind im Grunde schön neutral. Da musste ich auch gar nicht so viel machen. Und dann kommt die Kaffeefiltertüte und in der Schlusseinstellung habe ich schöne tiefe Blautöne als Kontrast zu der Cremefarbe des Kaffees und der Schrift. Okay, das war es jetzt auch schon. Ich hoffe, ihr konntet diesem schnellen und schlanken Breakdown etwas abgewinnen und habt nun eine grobe Vorstellung, wie man an solche Clips herangehen kann. Natürlich sind auch andere Szenarien und Techniken möglich, klar, aber das ist in etwa ein relativ einfacher Color Grading Ablauf für ein solches Commercial. So, und nun machen wir mal noch schnell zusammen eine Art klitzekleines Finish. Ich nutze dazu einfach mal diese Platzhalternode hier und öffne mir mal den Color Warper. So, erhöhe mir mal die U-Punkte Dichte auf 24. Aktiviere das Push-Tool und nun klicke ich ganz einfach mal auf den mittleren neutralen Punkt hier. Nur einmal, okay? Seht ihr das? Ich schalte mal die CIE Chromaticity ein und schalte diese Note jetzt mal an und aus. Nochmal. An und aus. Seht ihr das? Was wir jetzt gemacht haben, ist die Tonvariabilität anzuheben, also zu erhöhen. Das ist jetzt fast schon ein bisschen zu viel des Guten, aber schaut euch mal jetzt. Wartet, ich gehe mal kurz zum Feuer. So, und jetzt an und aus. Seht ihr, wie viel lebendiger das Feuer gleich wird? Wir haben lediglich die Farbtonvariabilität erhöht. Das ist jetzt mit dem Color Warper viel einfacher und besser möglich. So was macht man sonst mit den Kurven und man muss länger fummeln, um sowas zu erreichen. So, das war es im Großen und Ganzen. Habt ihr noch Fragen, dann ab damit in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ihr wisst, bitte abonniert doch einfach diesen Kanal und lasst ein Like da. Würde mich wirklich sehr freuen. Also ihr lieben Farbradschubser, bleibt wie immer schön bunt und macht's gut.